In diesem Jahr wird die Mensa der Universität des Saarlandes 50 Jahre alt. Gebaut vom Architekten Walter Schrempf, in enger Zusammenarbeit mit dem Bildhauer Otto Herbert Hayek, ist sie Baukunst pur, ein preisgekrönter und denkmalgeschützter Kubus aus 60 mal 60 Metern Stahlbeton, Holz und Glas. Hayeks farbenfrohes Formengewitter aus von der Decke hängenden Raumskulpturen und Wandreliefs in den Grundfarben Rot, Blau, Gelb und Weiß lockern die Baustrukturen aus Sichtbeton auf. Dennoch polarisiert das Gebäude, es begeistert oder schreckt ab. Das Ausstellungsprojekt möchte die Mensa daher nachhaltig und digital im Netz durch eine Homepage und einen Audio-Walk mit QR-Codes vor Ort neu wahrnehmen und erfahrbar machen. Ich wünsche Ihnen Experimentierfreude mit den Scans von den Bauplänen, Skizzen und Schwarz-Weiß-Fotos der Mensa aus dem persönlichen Archiv meines Vaters. Vielleicht haben Sie Lust auf eine 3D-Animation des Gebäudes? Ich hoffe und bin gespannt, auf welche Art Sie sich inspirieren lassen.